So, ich muss jetzt eigentlich wieder noch ein paar Bäume fällen, damit ich mir die Axt bauen kann. Ich habe noch eine in der Tasche. Ich brauche sie auch hier. Die kannst du gleich kriegen, wenn ich wieder zurückkomme. Ich habe mir vorhin gerade zwei gemacht. Nee, ich will mal diese Waffe machen. Diese Waffen-Axt. Ach so. Was, die Metall oder die Schafe, die weiter unten ist? Die ganz unten. Mit den Zacken, ja. Oh je, ich muss zurück. Ich muss zurück. Es ist echt gut, dass jetzt rundherum so frei ist, aber es sieht echt schlimm aus. Hey. Oh, ich finde es nicht schlecht. Oh oh. Ich fand irgendwas angegriffen. Ach, ein Skelett hat mich geschlagen. Ich erfriere. Ich erfriere. Ich bin am Feuer. Ich bin am Feuer. Puh. Jetzt ziehe ich mir erstmal da noch ein bisschen Fleisch rein. Kann ich mir das jetzt bauen? Ja. Äh, du, da schleicht so ein Wolf mit so komische gelb-rote Augen um unser Dorf drum rum. Okay. Dann baue ich mir wahrscheinlich die Axt. Dann vernichte ich den Spast. Craft. Yeah, ich hab's. Schau's dir an. Wasch. Wasch. Sieht vielleicht gut. Sieht voll billig aus, aber egal. Schaden von 20. Ja, und guck mal, da hinter dem Haus ist der Wolf. Komm her. Der läuft da. Komm her. Komm. Eins gegen eins. Bäm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Schläge. Gut. Hast du gelootet? Nö, kein Bock. Hat noch Scheiß gehabt. Fault ist gleich schon so, brauchen wir nicht. Heißratz. Na aber den komischen Fels. Nö, ja. Und das Fleisch brauchen wir auch. Dieses, die, die Kate. Geht. Ja, da haben wir doch auch schon genug. Uh, jetzt kommt die ersten Skelette mit Rüstung. Ehrlich? Ja. Oh, oh. Die sind stark. Na super. Ich geh ins Haus. Au. Du zu. Ne, jetzt hab ich meine Axt auch irgendwo hingeschmissen. Irgendes komische Chaos hier. Toll, ab und zu lassen die Rüstungsteile droppen. Aber diesmal hatten sie keinen Bock drauf. Spass. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Jetzt muss man mein Metallzeug hier rein bumsen. Stein brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich auch nicht. Hier draußen ist jetzt alles tot, oder? Gar nicht ruhig an das Feuer? Ja, an sich ist alles tot. Das schmeiß ich auch mal raus. Das auch raus. Das Fleisch koche ich gleich noch. Boah ey, am Feuer lagts bei mir brutal. Ja, bei mir auch. Ach. Wir haben zu viele Feuer aufeinander. Wir müssen erstmal da so ein Stück Fleisch reinziehen hier. Da kommt schon wieder so ein Wolf hinter der alten Stadthalle. Ach. Auf noch so einen hab ich keinen Bock. Ach. Weil die bringen halt auch nichts. Hätten die irgendwas cooles. So. Bei sich. Aber was haben sie denn? Ja. Äh. Okay. Trotzdem nochmal. Weißt du was mich grad ein bisschen annervt? Ich krieg das Fleisch nicht raus aus der Hütte. Wie? Du bekommst das nicht raus? Ich kann das Fleisch nicht anklicken. Na dann geh mal raus und ich nehm's. Aber ich versuch's. Ja, weil ich brauch nämlich was zum beißen. Ich nehm alles. Äh. Unten ist Fleisch. Das krieg ich auch nicht. So. Das nehm ich. Hm. Komisch. So. Hm. Ah. Man muss. Nee, da unten ist echt ein Fleisch. Das geht nicht. Was? Sag ich doch. Aber. Ja hier ist nicht. Doch. Ich muss an einer anderen Stelle gehen. Ne. Da sind wir doch fünf. Was ist denn das? Also ich nehme die ganze Zeit gleich raus. Aber. Ne. Nehm ich das raus oder? Ne. Du nimmst es nicht raus. Das rutscht einfach. In der linken Leiste rutscht es nur nach unten. Stimmt. Scheiße. Die. Wir haben das Haus verpackt. Kein Wunder. Scheiße. Ich wundere uns, dass es überlaupt so lange gehalten hat. Oh man. Ähm. Ähm. Äh. Das ist ein bisschen doof jetzt. Hast du überhaupt kein Fleisch mehr einstecken? Ne. Ich hab gar nichts mehr. Na warte. Hier. Ich hab noch einen Patzen. Hier. Habs hingeschmissen. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Ich gönn mir. Vier Stück. Ne. Das teile ich mir ein. Jetzt erstmal eins. Dass der rote komische Bildschirmrand rundum weg ist. So. Reicht. Äh. Jetzt guck ich was ich für so ein. Oh ne. Da ist ein Wolf hinter mir. Oh fuck. Der mäht mich nieder. Geh in die Hütte rein. Ja. Bin drin. Ich habs grad so geschafft. Ah. Alter. Das war eng. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Ist er ein Böser? Ich glaub ja. Er wird wohl ein Böser gewesen sein wenn er mich gefressen hat. Frostbären. Ah. Die pfeife ich mir rein. Wo ist er? Scheint weg zu sein. Ah. Bei mir ist er. Ah. 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 Nö. Hier ist keiner. Da läuft er doch. Da hinten in der Hütte. Ach so. Na gut. Na dann lassen laufen. So. Ich stell mich jetzt erstmal ins Feuer. Und chill ein wenig. So. So. Na gut. Ich stell mich jetzt erstmal ins Feuer. Ja. Hm. Könnte ruhig mal wieder Tag werden. Da ist ein Reh. Ich glaub ich geh mal wieder. Oh ne. Aus. Heuer ist aus. Oh ne. Oder? Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ich platziere das jetzt mal woanders. Ja. Bitte. Da hat er drin packt echt alles rum. Ich krieg die Steine nicht mehr raus. So. Holz. 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 Wir brauchen Holz. Wir haben doch die ganze Zeit welche gesammelt. Naja. Weggesportet. Oh fuck. Wolf. 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 Hinter mir. Warte ich komm gleich. Ich muss erstmal. Wie gleich. Der frisst mich. Alter der macht mich nieder. Ja. Ja. Ich komme. Ja. Hier ist auch noch ein Skelett. Ich häng fest. Geh ins Haus rein. So ein Bastard. Stirb du Penner. Jo. Das war's. Er hat Fleisch. Ich nehme das. Den Pelz. Na komm. Ich nehme den auch. Skelett verschwindet. Doch. Was suchst du denn hier. Hey. Verpiss dich. Mensch. Ich verstehe nicht warum die Stadt hatte da nichts zu tun. Jetzt mal spawnt. Mhm. Da lagere ich immer ne schöne Waffe rum. Mhm. Da lagere ich immer ne schöne Waffe rum. Was ist denn Ember? Ja. Aber auch irgendein scheiß Metall. Keine Ahnung. Irgendwas kann man damit schon machen. Äh. In der. In der. In der Truhe. Äh. In der Truhe. Hier im. Na ich weiß schon. Im Müllhaus. Äh. Okay. Jetzt sieht es natürlich richtig schlecht aus. Ich habe ja auch keine Rüstung mehr. Ich könnte mal Lederarmbänder herstellen. Ey komm ich hab's doch. Ich baue mir die. Wenn ich jetzt noch ein paar dicke Seile herstelle. Eins zwei drei. Und noch ein paar dünne. Zack. Dann mache ich mir noch ein paar Schuhe. Mh. So. Und das ziehe ich jetzt noch an. Dann bin ich der King. Ha. Sehr geil. So, ich geh jetzt mal wieder ein bisschen Holz hacken. Oh juhu, ich hab mir jetzt gerade erst mal wieder ein Schwert gemacht, also jetzt fühle ich mich schon mal bedeutend sicherer. Aber die Wölfe sind doch ganz schön respekteinflößend. Also vor allen Dingen, wenn du da jetzt deine Rüstung anhörst, dann machen die dich in 0,0x nieder. Wo war jetzt mein Baumstumpf? Ich dachte, was läuft hier hinter mir, wie bist du das? Ich. Auf der Jagd. Dann am besten jetzt nichts mehr in die Hütte packen. Ja, ich schmeiße sie nur auf den Boden. Ich koche mir jetzt erst mal das Stück Fleisch, wo ich gerade erbeutet habe. So. Ja. Fleisch. Guck ich Fleisch. Nee. So, kann ich mir noch was bauen. Jetzt ist schon mal ein bisschen besser. Jetzt sehe ich wenigstens mal wieder was. Mein Bildschirm war gerade noch knallrot. Hey, komplett. Oh Gott. Ich hab da fast nichts mehr gesehen. Ich muss aber aufpassen jetzt. Es kommt schon wieder so ein Kackwölf hierher. Wo? Ach da hinten. Hinten. Ja genau. Das sollte mir etwas aufpassen. Ich meine, wenn der jetzt angreift, ist meine Rüstung im Arsch. Ach. Da hab ich keinen Bock drauf. Was könnt ihr mal wieder Tag werden? Ja, ich glaube tagsüber sind die irgendwie nicht so aggressiv. Nee, da sind die überhaupt nicht da. Ja eben, da sind die gar nicht da. Ich denke, die normalen Wölfe, die verwandeln sich in diese Kacktypen. So, haben wir das auch noch. Nee, haben sie ja fast geschafft mit der Halle. Hm. Ach, da bin ich auch gerade auf dem Weg hin gewesen. Ja. Hier steht aber auch zur Zeit kein Viehzeug rum. Oh. Ein Hammer. Und Nüsse. Oh, danke. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Ich liebe Nüsse. Ah, der Wolf schleicht rechts vorbei. Pass auf. Ach, da ist er. Ach komm her. Ja, komm. Bam, Rüstung kaputt. Ach. Wollte gerade sagen, da kenne ich jemanden, der weint. Ach. Es hat er nur Seil dabei gehabt. Ich hab doch Nüsse. Ich pfeife mir jetzt die Nüsse rein. Trost. Ey, die Nüsse, die sind ja gar nicht mal so schlecht. Die sind nicht gut. Die sind richtig gut. Die machen alles hoch. Ich würde lieber Nüsse essen die ganze Zeit anstatt hier Fleisch. Na, die Nüsse muss man vor allen Dingen auch nicht jagen. Die könnte man irgendwo anpflanzen. Oh, das wäre so geil. Am besten noch in der Stadthalle anpflanzen. So eine Nussplantage. Perfekt. Oh, ich erfriere schon bitte und ich hab's nicht gemerkt. Oh Mann ey. Boah, ist meine komplette Gesundheit fast runter. Wie kann man sowas nicht merken? Ich versteh's auch nicht. Weil ich nicht drauf geguckt hab. Ich hab mich konzentriert, Erz abzubauen. Oh, 19% Leben. 18. Wirds auch mal kritisch hier. So, bitte gebt mir eine neue Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Nichts nein. So ein komisches Fleisch. Ne, ich ess das jetzt lieber nicht. Nachher geh ich da noch drauf. Noch 120 Holz. So, da muss ich mich auch noch ein bisschen aufwärmen. Hey, ich hab nur noch ne Rüstung. Die hat nur noch einen Strich. Einen Mini-Strich. Ich hab nur noch 14% Leben. Ey, du machst Sachen. So ein nackiges Kind ey. Wie du rumtänzelst hier um das Feuer. Und du komm mal an das verschissene Fleisch nicht ran ey. Das nervt mich. Jetzt ist das irgendwie Fleisch drin. Versuch mal alles mögliche von da drinnen rauszunehmen und tu's woanders hin. Ja, ich hab schon probiert. Da in die Bucht nebenan. Ja, ich hab schon probiert. Die Bucht sind, ja klar. Müll wird die nächste zu. Naja, aber halt so ein bisschen aufteilen. Den Müll. Es wird alles besser. So. Alter, das ist immer noch so feil. klein sanft. So, ich werde das noch umtauschen. Das tauschen wir hier um. Das tauschen wir so um. So. Es wird langsam dauern. Echt? Seh ich nicht Oh, da kommt ein Skelett.